New Sound bei DJ Fraser, meine neue Show für euch. In dieser Show präsentiere ich euch meine 5 Hot Tracks des Monats, aber erst nach dem Intro. Peace! Wir beginnen mit Iswal, eine Rap-Crew aus Dänemark, die bei Universal Music Mark 10 unter Vertrag ist, mit dem Song Whip Whop. Der zweite Song kommt von Fuego, ein Army mit dominikanischen Wurzeln. Meiner Meinung nach der Latino-Sommer hin 2020. Loca. Beim dritten Song gibt es nicht viel zu sagen. Chris Brown, Two Shores, E-14 mit UnBrun. Die Nummer 4 kommt aus Frankreich. Die Künstler heißen Allegrino und Soprano. Der Song La Vida. Der fünfte Song ist ein 90s Remake und ich feiere den Remix mit Adi Ambuyuki, Auto Blue. Zug von der Shisha, ein Song mit Shiva. Weißt du denn schon wie lang? Weißt du schon wie lang? Ich so blau bin, ich kann gar nichts mehr sehen. Das war's mit der ersten Folge New Sound. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr Songs habt, die ich mir anhören soll, dann schreibt sie in die Kommentare und abonniert mich für die nächste Folge. Euer DJ Fraser. Peace! Und hier bin ich wieder. Als allererstes Dankeschön fürs Schauen. Das Video hätte eigentlich schon im Juli online gehen sollen. Hat aber nicht so geklappt. Ist halt aufwendiger, als wie man sich das so vorstellt. Aber trotzdem haben wir uns dann entschieden, jetzt noch online zu gehen. Ist zwar nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, aber jeder Anfang ist schwer. Schreibt mir Verbesserungsvorschläge und abonniert mich. Folgt mir. Peace! DJ Fraser, macht's gut! Okay. Okay.